ein bunker weggerotzt ja die ganzen gräben die ich aufstellen wollte weggerotzt da ich ziemlich zurück dass ich kann die seite nicht mehr halten ja solange ich hier noch stehen kann bleibe ich hier stehen also sobald er hier anfängt zu reparieren und meint hier was gibt es nicht ein schuss weil meine panzerabwehr ist kaputt richtig böse und der kurios ist er hat jetzt bei inseln die mitte hat er auch aber nicht alle punkte nur die vorderen zu hinter zwei ich habe ich habe gegensätze ich komme da nicht hin ist das nicht zum reihe an ich muss jetzt artillerie bauen und jetzt alle euch überall artillerie hin überall jeden verdammt frei blackbird artillerie oder da war da war da war da war da war da war ich mich scheiße aus dem leib hau bitte so nummer eins zack zack und jetzt treffe ich keine sau da erst werde ich für den mörser ein platt gemacht und jetzt treffe ich keine sau wie cool ist das denn so ich ärgere ihn jetzt einfach weil ich tue jetzt einfach mal ein beobachtungsflupik da schießen 120 mm mörser ich will auch dicke mörser bauen alles klar wir wissen schon mal dass er da unten bau wer ist das hier unten kein wunder dass er auf meiner seite ist auf mich drauf geht das wird schwerer als gedacht ja alter der bombt uns mit dem mörser kurz und klein wenn du mir sagen tust wo er ungefähr steht mit dem mörser trupp siehst du doch jetzt sehe ich ihn jetzt wurde bei mir alles klar mein haupt ist gleich fertig er hat nur mein späer getötet und ja ja mein haupt ist gleich fertig keine sorge jetzt ist mein haupt ist fertig jetzt kriegt er auf den sack da hinten hat er 120 mm dinge stehen jetzt ist schlussflüssig geht gar nicht klar ey ja noch ein mörser trupp gekillt also die insel werde ich nicht lange halten können das kann ich dir jetzt schon sagen ja jetzt glaube ich dir ich versuche auch mit meiner artillerie jetzt neben seine finger wegzuballern gucken ob mein mörser fahrzeug da der sack der sack hat unser fabrik kommt auch nicht okay vorher einstellen was ist das für einer ach schwer der hat noch einen mörser da steht noch ein schweres geschmack ja der mörsert uns jetzt weg ach das wird lustig lustig wird was anderes aber hoch exklusiv geschosse typ 2 da ist ein anderer mörser hat ich kriege jetzt ein schuss ein toter ja bin schon unterwegs in bewegung feindliche einheit ausgeschaltet was kann man für sie tun das wird an kursam sicher gefallen verstanden das gibt es nicht mit einem fucking das kotze meh du kannst da gegen nichts machen tschüss warte ja es ist der hat hier irgendwo ne hummel stehen ich höre es doch ja ganz vorne an der kleinen brücke steht die ja ich stehe gerade ein entkundungsflugzeug genau da siehst du sie naja bei mir wird nach da ja ich sehe sie ahaha die weste deswegen macht er so schlagen wieder reparieren das hat nichts zu tun mach ich da jetzt sagen ich alles da mach ich kann nur zwei Haubützen bauen ja ich kann nur zwei Haubützen bauen eeeh hihihi hoppala ja taktisch nicht gewinnt ich hab ich hab schüttelte ausgescheidet dank meines flugzeug weiter weil er abgeschossen damit mein flugzeug nie runtergeflogen alter das gibt es nicht mehr äh er hat zwei Haubitze stehen ich kann nicht versprechen ob meine meine Haubitzen treffen die haben zu treffen gibt es nicht ne die trefft nicht irgendwas hab ich getroffen irgendwas ist kaputt irgendwas ist zerstört worden äh zum kotzen beinhaltet die 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 mit seinen scheiß aufbiss auf meinen und schon wieder der bunker gekillt ich könnte ganz ehrlich wo es mit dem wo ich muss mir die wagen hier weg sind weil er damit gleich alles kaputt nein meine aufbitte ah irgendwie unterliegen wir gerade etwas nur so ein ganz kleines bisschen weil er ist leider das wohl ich kann auch nichts bauen oder nicht wird einmal jetzt mache ich seine scheiß base zerbomben da hoffe ich schon was trifft das hat die brücke gekillt fuck you der will hier auf die kleine insel rüber das war meine zweite pack na komm schon Panzerabwehr bereit für den Einsatz Wir brauchen hier eine Entdeckung Oh das ist eine scheiß kleinen Haubitze Wo sind die kleinen Kackviecher Da Da guck ich gar nicht dran ne Schnell nachladen Der Latte ey Latte Die Latte kriege ich Das gefällt mir überhaupt nicht Das ist zum Kotzen Lust wird lustig alle hier Ja komm Leck doch am Arsch Ja komm Schaltet sie aus Verdammt die Penner haben meine Pack gekillt Lächerlich 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 Alter wie dumm kann so ne Packstellung sein Ja so ewig komplett zu dir nicht rüber Ja Motor Schaden komm mach ihn platt mach ihn platt mach ihn platt Boah ey Leute Ja Motor zerstört Der bewegt sich keinen Millimeter mehr weg Jawoll Und nochmal drauf komm Was so schön war Was so schön war Was so schön war Fuck you Ich weiß nicht was du machst aber ich werde gleich definitiv aufgeben weil Das Problem ist ich habe einfach keine Truppen und der haut mir alles kaputt Ja dann zieh das doch da weg Ja wohin denn noch wohin Ja auf die andere Seite der Karte Dass er da die Brücke einnehmen kann Welche Brücke Ach stimmt da ist ja egal da ist ja gar keine Brücke Doch der könnte die großen Brücke greifen Doch ja dann muss sie irgendwas da behalten Okay ich fahr jetzt Auf die andere Seite der Karte Okay der Panzer ist eh kaputt Der ist auch kaputt Ja nett Was habe ich hier stehen Kampfpanzer 5 Tiger Ja Walle ich glaube so kurz vor weißt du Das haben wir verloren Das kannst du kriegen Das kannst du kriegen Der kannst doch mit deiner süßen hierher fahren Ich glaube das bringt auch nichts mehr Der hat einfach zu viel Artillerie hier rumstehen Die nehmen unsere Stefreunders los Konzertfahrzeug ist einsatzverhält. Komm, komm! Ah, schade, das Gefühl geht doch kaputt. Ich hab' jetzt gelacht. So leicht mach' ich den beiden das nicht. Geht gar nicht, ey. Geht gar nicht. Okay, der kommt mit Infanterie-Truppen auf die kleinen Insel zu. Ja, Witzbold. Ich hab' nix mehr. Ich bin unter alles. Ich hab' zwar jede Menge Munition und Sprit, aber keine Arbeitskraft. Also ähnlich geht's mir auch. Einfach weil ich's kann, werd' ich jetzt so abnerven damit. Ich werd' jetzt einfach die große Brücke sprechen. Versuchen, zu strengen. So, große Brücke ist im Arsch. Welcher? Die? Bei mir die? Nee, doch nicht. Die steht noch. Warum steht die noch? Was soll der Scheiß? Was soll ich dir dazu jetzt sagen? Ja, der zerbombt eh gerade deine mittlere Insel muss mehr. Und seine Basis wieder zerbombt. Das kommt genau für euch in Zeit. Von Nordrhein kann's losgehen. Los, verschatzt euch bei den Fenstern. Ja, ihr Panzer. Ihr Helkel, melden Einsatzbereitschaft. Ihr Jagdsponsor. Die Jungen der Wachstum. Geht, der tut da seine Truppen links, äh, rechte Seite auch schon sammeln. Linke Seite, äh, wird überrennen. Ja, das Einzige, was wir gleich machen können, ist angreifen. Ganz ehrlich. Ansonsten, äh, wird das hier nur Geschnetzel. Da muss ich gucken, was ich... ...dicken kann. Ich hab nix. Gut, ich sammle auf der... ...winkenseite bei dir, sammle ich meine Panzertruppen. Äh, Truppen. Artillerie, pass auf! Kenntar EU ... ... ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020